Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Unser Abenteuer hier geht weiter. Ein neuer Horizont ist aktuell unsere Mission. Vielen Dank fürs Einschalten. Riesen vielen Dank. Und wow, das sieht hübsch aus hier. Das sieht wunderschön. Ach, wie gern würde ich jetzt einfach in echt hier so auf der Bank chillen. Und dann fliegen mir die ganze Zeit rote Blätter ins Gesicht. Ah, das würde ich so lieben, gerne. Ah, das wäre so schön. So, wir machen weiter. Äh, läuft das... Boah, also... Ah, jetzt habe ich auch... Ah, guck mal. Guck mal. Du hast deinen Ankel, Jin. Ihr braucht mich nicht. Ich brauche jeden Alli, den ich vertraut. Ich hatte hier ein Verlängerungskabel an meinem Kopfhörer. Äh, aus, äh, nicht, weil es... Also hauptsächlich aus VR-Gründen, weil, äh, mein VR-Kopfhörer funktioniert nicht. Deswegen nehme ich meine eigenen. Und dazu brauche ich ein Verlängerungskabel. Äh, ja. Und ich hatte das Verlängerungskabel immer dran gelassen. Dachte mir so, okay, lässt du dran. Aber, das Verlängerungskabel ist nicht sehr gut kompatibel mit meinen Kopfhörern. Und deswegen konnte ich schlecht rechts und links erkennen. Aber jetzt... Ach, ist der Sound auch wieder korrekt. Also, optimal, sag ich mal. Vorher war auch korrekt, aber noch nicht so geil wie jetzt wieder. Ja. Es ist eine Weile her. Es gab jetzt auch die letzten Tage kein Ghost of Tsushima-Video. Es gab andere Videos. Aber... Äh, jetzt kommen wieder Ghost of Tsushima-Videos. Also, die nächsten Tage werden wieder täglich... Äh, wird wieder täglich eine Folge kommen. Und, äh, ja. Zudem noch schauen wir noch nach anderen Sachen. Wir gucken mal, ne? So. Jetzt gehen wir erstmal hier wieder straight zu unserer Quest. Nämlich ein neuer Horizont. Oh, guck mal. Hier waren wir noch nicht, ne? Was ist das denn hier? Wollen wir mal eben kurz auf der... Ah, das ist ja Burg Tsushima, ne? Hier, ne, Burg Kaneda. Entschuldigung. Burg Kaneda. Während derzeitiges Ziel ist keine Schnellreise möglich. Okay. Es ist ein bisschen weiter weg von Burg Kaneda. Aber schau mal. Hier haben wir jemanden, der uns, äh, unsere Fallen verbessern kann. Ja. Hier ist alles, was ich habe. Hier ist alles, was ich habe. Oh, ich habe es vermisst. Es ist ein paar Tage her, seitdem ich gespielt habe. Ähm. Ja, sollen wir es verbessern? Weile. Raubt ihr Fell. Wäre dann alles weg. Einen hätten wir noch übrig. Aber ich glaube, Pfeile, Brandfell, Schwarzpulver, Bombe. Ich muss sagen, es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten im Kampf einzusetzen. Also, wir haben das mit den Switchen. Wir haben Items, die wir nutzen können. Wir haben Fähigkeiten, die wir nutzen können. Wir haben einen... Wir haben Kuna ist genau richtig, gehört auch noch mit dazu. Die ich ja eigentlich mega cool finde. Die ich aber kaum nutze. Wir haben sehr viele Items. Ich vergesse die nur mal einzusetzen. Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel spielt und dann spart ihr immer eure Items, weil ihr die nicht einsetzen wollt. Weil ihr denkt, ja komm, vielleicht habe ich irgendwann Schwierigkeiten im Kampf und setze die dann ein. Und dann seid ihr beim Game durch und habt euer Inventar voll mit Items, die ihr niemals eingesetzt habt. Das passiert mir leider auch immer so oft. Deswegen, äh, ich habe mir in Zukunft mal vorgenommen, gar nicht viel groß darüber nachzudenken. Einfach gut einsetzen mal. Einfach einsetzen. Ich glaube, das ist manchmal echt gut. Wir haben auch noch mal einen Händler. Der dealt mit Blumen. Ich mache jetzt keine Fallenstelle ab. Warte mal. Nein, wir machen jetzt keine, oder? Nein, ich mache jetzt keine Fallenstelle. Die geht jetzt zu bist du. Dankeschön. Oh, jetzt reden wir... Uh, jetzt reden wir mit Shimura. Bürst Shimura. Ja, das ist wieder interessant. Da ist er schon und sitzt. Moin, Meister. Jin. Du siehst gut. Dankeschön. Wir werden den Kahn und den Kauert Ryozo verletzen. Aber, ja, Ryozo... Ach man, Ryozo, man. Aber Ryozo, man, wir müssen den Turn wieder. Wir müssen den wieder auf den richtigen Pfad führen. Mann, er ist halt mega verzweifelt, der Ryozo. Scheiße, ist das... Ach so, ja. Ja. Ja, sorry. Aber wir stehen dafür. Ich mag unseren Charakter. Er steht dafür. Boah. Aber ich finde es krass, wie Shimura für Shimura es entgegennimmt. Ah, okay. All of Tsushima looks to us for guidance. Ich mag die Konversationen gar nicht. Was ist mit Yuna? Sie hat mein Leben geholfen und hat dich freiwillig. Alles, was sie zurückkehren möchte, ist eine selbige Passage nach der Hauptstadt. Ja, das sollten wir ihr geben. Ja. Aber nur, wenn sie mir geholfen hat, dass wir mein Kastel wiederholfen. Danke, Uncle. Nice, nice. Geile Unterhaltung, okay. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen die Befürchtung, der wird ziemlich enttäuscht von uns sein, dass wir ehrenlos gekämpft haben. Ich bin, äh, positiv überrascht, wie er darauf reagiert hat. Wie er jetzt gesagt hatte, okay, ich bin dir dankbar... Das war wirklich clean. Er sagte, ich bin dir dankbar dafür, dass du mich gerettet hast. Du hast zwar ehrenlos gekämpft, ich bin dir trotzdem dankbar, aber guck, dass du wieder deinem richtigen Pfad folgst, okay? Wow. Das hätte ich nicht... Hätte ich so jetzt... Das überrascht mich. Das wäre doch... Wow, Fischimura, okay. Das hat er echt gut entgegengenommen, wow. Also, wer reagiert hat... Hatte die die Lichter, ne? Geil, wow. Leinen nehmen wir auch nochmal mit. Ja, sollen wir mal eben fallen, Upgrade, ja komm. Ich hatte ja eigentlich gesagt, nicht so viel drüber nachdenken. Einfach mal Upgrades durchführen, gar nicht so groß. Also, die überlegen, welche Upgrades. Das mache ich so oft und dann nachher beendest du das Spiel und hast noch irgendwie 15 übrige Upgrades oder 20 Talentpunkte, die du nicht ausgegeben hast, weil du nicht entscheiden konntest. Ich hoffe, ich habe, was du fürn hast. Und hast dann noch Items und Fähigkeitspunkte left und whatever. Äh, mach mal bitte Kunai, weil ich finde die Kunai ist ja mega cool. Also, Rauchbombe, ja, wenn wir Stealth sind. Und Haftbombe, ich, 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 Kunai sind einfach cool, ne? Sind wir mal ehrlich, Kunai sind cool. Mach mal. Dankeschön. Können auch was verbessern. Ja, ich weiß, Schwarzpulverbombe. Ich muss die Dinger erstmal lernen, richtig einzusetzen. Also, hiermit können wir switchen zwischen Feuerfeil und Brandfeil. Ja, Brandfeile benutze ich ja kaum. Ich komme ja dazu. Ich bin immer so im Battle. Äh, so, und das hier war Schwarzpulverbombe. Die könnten wir upgraden. Ja. Schwarzpulverbombe. Ich bin erheb, dich zu unterstützen. Kapazität machen wir. So, weil wenn wir so, dann können wir hier wechseln. Das ist Bogen und das hier sind Wurfwaffen. Davon haben wir aktuell nur die Schwarzpulverbombe. Was mich wundert, weil ich jetzt davon ausgegangen wäre. Warte mal. Wie war Kunai? Wie war Kunai einzig? Ah, dammit. Nein, oh, dammit. Okay, ich weiß jetzt wieder, wie der Kunai war. Okay, pass auf. Wir sammeln die Pfeile ein. Ja, geht nicht. Ach, guck mal. Guck mal. Ishikawa. Mein guter. Ja. Das sind jetzt unsere Aufgaben. Entschuldigung. Habe ich jetzt irgendwie... Ja, mach dein Pferd im Stall bereit. Okay. Wer die... Da ist der Stall. Nee, das ist nicht der Stall, oder? Nee. Alles aufsammeln. Jeder. Warte mal. Wie war rennen? Warte mal. Wie war rennen, hä? Ah, ja. Hä? Habe ich... Das war die erste Taste, die ich gedrückt habe. Aber er ist nicht gerannt. Deswegen habe ich alle anderen ausprobiert. All right. All right. Windwehen war hiermit eigentlich. Aber irgendwie geht das nicht. Hm. Komisch. Kann mein Steuerkreuz irgendwie einsetzen? Ach, da unten muss ich... Komisch finde ich gerade hier. Steuerkreuz geht irgendwie nicht. Vielleicht müssen wir raus hier. Plus. Hm. Komisch. Sprich mit Yuna. Yuna Chuan. Was geht? Mein Onkel sagt, geht klar. Aber du musst uns noch helfen. Das stimmt eigentlich. Ja, aber... Leider recht. Leider recht. Also da muss ich Yuna zugeben. Sie hat ihren Teil jetzt wirklich erledigt. Also jetzt noch mehr von ihr zu erwarten. Hm. Also sie hat geholfen, Shimura und Burkane da wieder zurückzuholen. Also... Ich finde eigentlich, sie hat jetzt schon genug getan. Und sie sagt ja auch selber, das ist nicht ihr Fight. Und... Okay. Also... Eigentlich wäre ich damit einverstanden, dass Yuna jetzt sagen, dass wir ihr das geben, was sie will. Hm. Also jetzt nutzen wir tatsächlich sie aus. Habe ich so das Gefühl. Also... Habe ich kein gutes Gefühl dabei, weil nachher geht doch noch irgendwas schief und Yuna geht drauf oder sonst was. Also... Ich finde an der Stelle sollten wir Yuna sagen, pass auf Yuna, hast du gut gemacht, danke schön. Bin ich jetzt ein bisschen dreist von uns, jetzt ihre Hilfe aufzuzwingen. Naja. Akashima. The bridge is out, but the Mongols don't know about the old forest path. This way. Uncle. I'm sorry, I didn't free you sooner. You have nothing to apologize for, Jin. I've seen what Mongols do to our people. I can't imagine what you went through. It takes more to break my spirit. He learned our language, kept to your life. What is he after? You wanted me to aid his conquest of our main land. He offered me wealth, our, wives. He thought you'd turn against your own people? For that insult alone we are going to kill you. Oh, sieht das lichtgeil aus hier. Tell me about this woman who saved your life. Yuna is brave, loyal, and good in the fight. Ishikawa said she's a thief. Ich mag sie. She could be a little rough, but she has a good heart. They care where you place your faith. You were friends with Yuzo too. The battles ahead will be difficult. I need to know, an der Stelle you have my full support. And Yuna's. An der Stelle, Yuzo, hätte ich mir vorstellen können, dass der uns verrät, weil der war sehr, sehr an Verzweiflung. Er war wirklich am Rand der Verzweiflung. Da hat es mich noch nicht mal so sehr überrascht, ehrlich gesagt. Ich finde, Yuzo müssen, man, ich müsste mal wieder zurückholen, aber Yuna, glaube ich, ist keine Verräterin. Und trotz alledem sollten wir ihre Hilfe nicht so ausnutzen. Das geht zu weit. Oh, das sieht so schön aus. Sorry, ich war gerade so vertieft mit der Umgebung, mir vorzustellen, hier einfach mal selber so lang zu spazieren. Das sieht so geil aus. Temperatur so bei 90, 19 Grad mit etwas Wind. Oh, das wäre schön. Sieht aber auch geil aus. Ja, das wäre wieder hier so, das würde nicht klappen. Das würde nicht klappen. Wenn wir jetzt hier so ständen im Relife, würdest du die Augen zukneifen, weil, weil es einfach zu sehr blendet. Das ist halt, da muss man an der Stelle mal sagen, solche Szenen sehen im Game besser aus als im Relife, weil im Relife musst du deine Augen zukneifen, weil die Sonne dann in die Augen zu stich, du bist da. Oha. Oha. Aber nie so wie das. Das ist der körperliche Revenge für mein Erschung. Wir müssen die schützen, die Oh, ich mag die Trommeln. Wow, in dem Moment hören die Trommeln auf. Wow, da habe ich den erwischt. Warte, da sind noch mehr. Ja, du greifst meinen Fürsten an. Den da, den da, den da. Bam! Warte. Wee! Äh, so, scheiße, wie ging das noch mal? Oh mein Gott, ich weiß nichts mehr. Das war blocken, ne? Ne, hä? Ach du scheiße. Cool, nice. Warte mal. Okay, ich glaube, ich bin wieder drin. Und hiermit war, wie war wechseln? Genau, hiermit, ja. Oh, ich habe vergessen zu drücken. Wie war heilen? Ich habe alles vergessen. Ne, doch nicht. Hab dich nur veräppelt. Ne, wirklich, wie? Das war heilen. Achso. Nein, nicht noch mal. Egal. Fürst, ich komme. Wie viele Haltungen wechseln? Ah, okay. Jetzt habe ich es. Das habe ich gesucht. Boah, geil. Da ist mein Pferdchen. Können wir die nicht auch looten teilweise noch? Ja, das geht aber auch vom Pferd aus. Wie geil das war, dass ich die Kunais einsetzen getootet habe. Aber zweimal daneben geworfen. Weil ich gucken wollte, wie ich nochmal die Haltung wechsel. Reite mit dem Fürsten Shimura. Okay, do, okay. Mache die Tür. Der hat einen Bogen. Der hat einen Bogen. Au. Ah. Pferdchen, weg da. Hast du jetzt einen... Ey, oh. Fürst, mach weg den Bogen schützen. Warte mal, da müssen wir wechseln. Auf die hier, genau. Warum greift denn der nicht an? Hä? Der hat keinen Bock anzugreifen. Oh. Yes. Muss ich wechseln? Ja. Nein. Oh, nicht hingucken. Das war close. Ah, der ist erledigt. Hä? Ich treffe nicht mehr. Nein, der will was werfen. Ich geh schon mal rein, wa? Shimura. Das ist Shimura. Der hat kaum noch HP. Kann das sein? Silen, wo denn? Ja, zu spät. Da ist ein Gegner. Mit dem Sprungangriff. Komm. Hi. Warte, der hat einen Sperr. Der hat einen Sperr. Ich muss wechseln. Hab ich. Boah. Eben die Vorräte einsam. Boah, auch gekontert. Ui. Alter, ich will die Vorräte. Hab ich eingesammelt. Als ob. Die können voll gut blocken. Was ist los mit denen? Windkampfhaltung. Ist richtig. Was brauchen wir jetzt für eine Haltung? Die hier. Der hat komplett gepennt. Die können nicht zielen. Alles klar. Da hinten Bogenschütze. Warte. Warte. Ey, der rennt auch oben. Ja, komm. Greif an. Greif an. Komm. Wie da, Jan. Bist du wieder runtergekommen? Wehe, du gehst nach oben. Den schnapp ich mir jetzt. Oh, der ist besiegt. Wow. Wow. Oh, du. Oh, Leute. Hallo? Warte mal, da sind... Warte mal, warte mal, warte mal. Yes. Endlich habe ich die Feuerpfeile mal richtig gut eingesetzt. Das war geil. Scheiße. Yes. Mondkampf, Alter. Cool. Aber erst dauert noch. Ist noch sieben Anführer besiegt. Reinforcements? Und da aller Angriff? Soll ich mal eben nach oben gehen? Ich komme. Oh, also schnell. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Juno. Juno. Oh, Feuertpfeile. Und Sprungangrö... Sprungangrö... Genau, aber Hauptsinnahm. Sprungangrö... Nice. Okay. icki. Vielen Dank.